Dana. Die Scheidung. Kannst du da? Zum Beispiel, dass das einfliegt. Die Böde. Die Verscheidung, das war in so einem vor der Zeit mit Jochen und mir. Wir haben Alltag, Routine, Langeweile. War klar, dass es irgendwann mal zu Ende geht. Es war ja eh nichts mehr. Dana. Das ist wirklich so nicht weh. Was ist jetzt am Verletzten? Das ist unser Haus. Fein, prima. Sit. Dana. Prima. Dana, sit. Winkel, winkel. Prima. Na. Platz. Platz. Prima. Dana. Prima. Untertitelung des ZDF für funk, 2017